Und dann möchte ich mich bei Jörg Helwig bedanken, bei dem kompletten Team von der Elektrola Universal. Dankeschön meiner großartigen Plattenfirma Universal. Vielen Dank Frank Brieckmann mit dem Alphatier. Ja, 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 klatscht! Ja! Meiner wunderbaren Band, der wunderbaren Universal. Dankeschön mein Schatz, Dankeschön Sony. Danke, unser Team! Unser Team und Universal. Wir möchten uns sehr bedanken bei unserer Plattenfirma Universal. Da vorne sitzen alle, Frank Brieckmann, Tom Bohne, Daniel Lieberberg, Sigi Schuller, Andreas Dermann, Tessa Pliening, Dietmar Punte. Vielen, vielen Dank. Die dazu beigetragen haben, dass das ganze Projekt heute da steht, wo es steht. Die Plattenfirma von Elektrola Universal Music. Und vielen Dank natürlich an alle, die mit mir zusammenarbeiten. Die Plattenfirma, Tom Bohne, Daniel Lieberberg, Frank Brieckmann, Andreas Dermann und so weiter, die ganze Bagage. Nicht weniger als 300 Millionen verkaufter Tonträger. Alleine 300 goldene Schallplatten, Platin-Schallplatten und sogar diamantene Schallplatten. Firma meiner Plattenfirma, ich sage meine, ich gehöre quasi zum Inventar, ich bin das älteste Inventar. Danke sehr. Und ja, natürlich mein Team von Selfmade Records, LDR und Thomas, da vorne sitzen sie. Dankeschön. Universal, dankeschön für die Zusammenarbeit. Und zu guter Letzt, eine Person, der ich alles zu verdanken habe und die immer hinter mir stand, meine Mutter. Danke, Mama, für alles.